Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Wir haben uns eben noch mal ein Alpha Pack gekauft Oh selten Was glaubt ihr? Kopfbettdeckung Kann sich wirklich sehen lassen Trotzdem spiel ich eher Ich spiel eher Ich spiel eher so IQ jetzt Aber ich spiel trotzdem noch mal so Weißt du? Was habt Leute jetzt hier noch im Clan spielen? So welche Freunde hätte ich hier? Genau Und Ja Und meine Leute müssen eben halt immer ganz früh ins Bett Ich kann selber entscheiden wenn ich ins Bett gehe am Wochenende Das darf ich Das ist cool Ich finde das eben halt echt eigentlich Ja was weiß ich Also gerecht Also in der Woche sage ich auch so Wow 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 nein Lass ich mal so Aber Äh Außerhalb der Woche So Wochenende Freitag Samstag Und Sonntag auch Wenn Fähren sind Irgendwem äh Sagen meine Eltern auch nichts dagegen Äh Ja Wie gesagt Ihr müsst eure Drohne verwenden Um eine Bombe aufzuspüren Solange es darf Beschwer ihn mir nicht Und äh Ja Was Äh Ja ne Ne Also Wieso weiß ich das Drohne hat eine Bombe lokalisiert Aber ich finde die rote schon geil 10 Sekunden bis zum Einsatz Aber wir werden uns trotzdem demnächst auch 5 Sekunden Entschärfer wurde zurückgeholt Bombe gefunden Gelangt zu ihrer Position Und entschärft sie 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 Hä, defuse! defuse! Hä? Geil Was war das denn jetzt von Pult, alter? Habe ich jemand ehrlich gesagt, habe ich jetzt das bekommen? Weil Jens ehrlich gesagt nicht so super dupe schön dafür Aber wir spielen auch mal eine Runde damit Eigentlich wollte ich schon immer dafür haben, weil Kanada so Die Bomben schützen Ein schneller Wurf Dachte auch, sie sehen nicht Bei B-Boy ich keine einzigen Sachen machen Lade neues Magazin Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, zum Angriff bereit machen Es bleiben 10 Sekunden Jetzt können sie kommen Bei B-Boy höchst du nichts machen Magazin wechsel Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert Macht euch angriffsbereit Auer auf Sieh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das denn, Mann? Ich eigentlich auch mal Shotgun Eben, Alter Ein Gegner verbleibt Gegner eliminiert, Missionserfolgung Also das war ja auch noch für die Piste, aber nein Nichts Nichts ZO 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Also Also Ihr werdet Ihr werdet eben Height öfters setzen Gameplay mit IQ Nichts Ach schade Zehn Sekunden Noch fünf Sekunden Entschärfer wurde zurückgeholt Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen Entschärfer muss zurückgeholt werden Entschärfer wurde erneut gesichert Die Bombe wurde lokalisiert Der Entschärfer ist nicht länger hinterher Fuck your Bom, Maler Ich leide noch Fick dich, Alter Du hast den Entschärfer fallen gelassen Scheiss Halt die Fresse Blackbeard Ich glaube es ist zu spät Bereit zum durchbrechen Wow Entschärfer wurde erneut gesichert Ich habe so viel gebracht Nichts Ich habe keine Kids Ich habe drei Tote Ich habe drei Tote Er wechselt es Gegner eliminiert Eigener Druck erfolgreich Wie besitzen das eigentlich alles Nochmal hier Ich bin ein einziger ohne kill Ein einziger ohne kill Ich wünsche euch aber trotzdem Jetzt nochmal ein schönes Ich glaube wenn diese Folge rauskommt Ich wünsche euch trotzdem Einfach so ein schönes Wochenende Schönen Schönen Abend wünsche ich euch Schräg Mittag Schräg Morgen Schräg Ich wünsche euch Mehr von Remu haben wollt Und Like dieses Video auch Ciao Ciao Ciao